ja kommen wir heute mal zu einem schwachstellen video des lupus heute geht es um den schweller eines lupus 3l wie man hier sieht ist er gut angerostet dieser teil besteht eben aus stahl beim 3l und dieser hier ist ein aluminium kotflügel und dann kommt es eben genau auf diesem stoß hier zu einer kontaktkorrosion und wie man sieht ist das schon ein bisschen länger und nun heute wo ich nun den kotflügel die frontings auch abbauen und eben diese stelle hier behandeln oder radkasten ist nun ab und wie man hier sieht sich allerhand dreck hier unten verfangen und die ganze aufnahme wo der innenkotflügel verschraubt wird was halt der schweller hier ist ist komplett weggegammelt die front ist einmal sauber gemacht mir ist hier gerade so ein winziges detail aufgefallen vielleicht weiß einer von euch das ja was das hier ist einfach irgendwie so ein ist das metall ist glaube ich noch nicht mal metall irgendwie oder ganz dünnes metall und einmal oben ran genähtet hier aber was soll das hier was ist das was soll das hier ist ja was soll das hier ist das hier ist ja was soll ich Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.